Ich begrüße alle ganz herzlich, jetzt auch im Namen der Universität Jena zu dieser Veranstaltung, also zum Abendvortrag, der im Rahmen der größeren Veranstaltung des Sommerkurses eingebettet ist. Und ich sage ein ganz klein bisschen dazu, wie die Uni Jena eingebettet ist in das Ganze und dann aber auch noch zwei, drei Worte zu Frau Gollen für diejenigen, die quasi neu dabei sind. Die meisten sind ja beim Sommerkurs bereits dabei. Der Part zu Jena gestaltet sich ein klein wenig experimentell, weil wir uns in laufendem Umgang, Umbau uns befinden. Wir hatten ein Forschungszentrum Laboratorium Aufklärung, das geschlossen wurde, weil es irgendwann mal aus einer Pro-Exzellenz-Initiative hervorgegangen war, die dann nicht weitergeführt wurde. Und wir haben uns aber gesagt, wir wollen einzelne Elemente dieses Forschungszentrums oder seiner Aktivitäten beibehalten. Und dazu zählten die Kurse, die damals noch Meisterkurse hielten, weil die so fantastisch gelaufen sind seit 2010 mit jeder Menge prominenter Gäste, die irgendwie da waren. Also, ach Gott, von Hans-Ulrich Gumbrecht bis Alayda Aßmann, ich will das nicht alles auszählen, aber es war irgendwie schön meistens und es war ein tolles Format. Vor allem fand die Geschäftsführerin, dass das ein tolles Format war und hat sich deswegen auch sehr stark dafür eingesetzt, dass es nicht einschläft. Und jetzt gibt es in Jena eine Linie, die nennt sich Liberty, weil irgendwie das so toll alliteriert mit Light und Live. Light, Live, Liberty ist irgendwie der Wahlspruch der Uni Jena geworden. Und nach diesem Marketingkonzept richten wir uns jetzt etwas aus und ich hoffe, es gibt uns Gelegenheit, zumindest dieses sehr schöne Format weiterzuführen. Das ist eigentlich das Wesentliche und ich war mal, habe dieses Laboratorium Aufklärung geleitet eine Weile. Deswegen bin ich jetzt quasi der Übergangsverwalter. Ich wäre aber sehr gerne dabei, denn in gewisser Weise hat sich jetzt wirklich, und damit kann ich zu Frau Gollen überleiten, der Übergang ganz natürlich ergeben. Wir hatten bei diesen Meisterkursen schon sehr oft gefragt, uns gefragt, fragen wir nicht Frau Gollen. Und als dann Herr Heid mir schrieb und gesagt hat, wollen wir diese Kurse nicht fortsetzen und wir würden gerne Frau Gollen einladen, dann habe ich gesagt, ja. Also das muss eigentlich sein, weil das wirklich eine natürliche Fortsetzung ist. Ich sage nur wenige Worte zu ihrer Person. Sie ist Leiterin des ZFL, ausgeschrieben, wie ich jetzt gefunden habe, im Netz, das Leibniz-Zentrum für Literatur und Kulturforschung. Also ist ein bisschen erweitert worden, der Titel. Frau Gollen hatte davor Professuren für neuere deutsche Literatur in Bonn und Frankfurt am Main ab 2003. Und sie war davor Associate Professor an der NYU, also New York University. Davor dann in Freiburg, Johns Hopkins University, Stanford, viele interessante Aufenthalte und auch sehr häufig USA, wo sie auch jetzt noch häufiger ist. Also da scheint es eine starke Verbindung zu geben. Und eine zumindest schwache Verbindung habe ich auch zu Frau Gollen, weil ich sie das erste Mal gesehen habe auf einer Tagung, das war 2002 in New York. Sie haben mich da nicht wahrgenommen und ich habe mich auch nicht vorgestellt. Aber das Lustige war, das hieß irgendwie so etwas ganz Seltsames wie Zone 2 oder irgendetwas Kryptisches. Und es ging um Politiktheorie und alle wichtigen Leute, Ernesto Laclau und Judith Butler und solche Leute waren halt da. Und das war für mich sehr schön, aber auch etwas fremd. Und Frau Gollen war die Einzige, die irgendwie positivwürdigend auf meinen Diskussionsbeitrag einging. Deswegen habe ich gedacht, diese Frau merke ich mir. Und ich habe tatsächlich auch noch ihre Habilitationen rezensiert. Das wissen Sie, denke ich auch nicht, wenn es die Habilität war. Das war das Buch über das Ende der Kunst oder über das Gerücht vom Ende der Kunst. Und das habe ich in einer kleinen marxistischen Zeitschrift, die vor meiner Zeit mal wichtig war, das Argument, habe ich das getan. Und der Herausgeber meinte zu meiner Rezension, nicht zu einem Buch, das sei alles sehr schön, aber auch ein bisschen Locken auf einer Glatze drehen. Also das war die Fremdwahrnehmung dieser Sache. Aber mich hat das damals sehr interessiert, das Ende der Kunst. Also ich fand das sehr spannend, auch dieses Buch zu lesen und rezensieren zu dürfen. Jetzt komme ich zurück zu Ihnen selber. Sie haben Publizien. Ja, ich weiß aber nicht, ob es die noch gibt. Also wahrscheinlich im Heft schon. Ja, ja, ich schaue mal, ob ich eine Fotokopie oder einen Scan anfertigen kann. Ja, ja. Ich habe das nämlich nicht mehr im Rechner. Aber damals hat man ja solche Dateien nicht auf. Ja, wenn sie herzagbar ist, schicke ich sie Ihnen zu. Ja, ja. Es war nicht schlimm kritisch, das weiß ich noch. Das waren meine anderen Rezensionen im Argument. Aber Frau Gollen hat zu Stifter publiziert, zu Agamben publiziert und zu Goethes Morphologie, sehr regelmäßig sogar. Das sind so Themen der Monografien. Und sie hat unglaublich breit publiziert über deutsche Literatur des 18. bis 20. Jahrhunderts und vor allem auch über philosophische Ästhetik und anliegende Probleme. Und ich glaube auch sehr viel über Natur und das Tier-Mensch-Verhältnis. Also es kommt wirklich, es ist ein unglaublich breites Spektrum. Und es kommt eben auch zentral dieses Programm vor, das jetzt Weimar sehr stark beschäftigt, beziehungsweise die Klassik-Stiftung beschäftigt. Und was ja nun auch wirklich breit diskutiert wird im Moment, nämlich überhaupt das Verhältnis von Natur und Kultur nochmal neu und Natur- und Geisteswissenschaften nochmal neu. Und ob die beiden Seiten nicht doch auf ganz andere Weisen verschränkt sind, als man das eigentlich denkt. Das haben wir durch den Untertitel jetzt symbolisiert, den glaube ich Herr Heidt mit erfunden hat, von Herder bis Haraway. Ergab sich aber irgendwie organisch aus dem Programm des Ganzen. Und das ist ja nun auch eine sehr, sehr große und interessante Spannbreite. Ja und heute Abend wird es gehen über Goethe für Quereinsteiger. Ich habe extra nochmal geguckt, ich hatte irgendwie im Kopf gehabt, Quereinstiege in Goethe, aber es hat wirklich diesen pragmatischen Titel, Goethe für Quereinsteiger. Mein Vater wollte immer nur die Zusammenfassungen von Goethe-Romanen lesen. Ich habe gesagt, du musst die Texte selber lesen. Und ich denke, zu so etwas wird uns Frau Gollen jetzt mindestens auch und zu viel mehr weiteren Einsichten verhelfen. Ja, damit haben Sie das Wort. Schön, dass Sie hier sind. Ja, herzlichen Dank. Also das mit dem Argument war jetzt wirklich eine große Überraschung. Wunderbar. Ja, es ist Goethe für Quereinsteiger, aber Sie haben natürlich recht, wenn Sie Ihrem Vater sagen, was ich auch allen sagen würde, Sie müssen es am Ende schon selber lesen. Ich fange auch gleich an. Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sowohl aus Jena, von der Universität Jena wie auch hier in Weimar. und sehr geehrte Gäste. An diesem Ort, wo man Goethe buchstäblich auf Schritt und Tritt begegnet, Quereinstiege in sein Werk und seine Welt für nötig zu halten oder empfehlen zu wollen, scheint erst einmal widersinnig. Es ist doch alles da. In Hülle und Fülle steht es bereit. Nicht nur an den zahlreichen Städten vor Ort, drinnen und draußen, sondern auch in vielen verschiedenen Ausgaben und Formaten, Anthologien, Brevieren, Comics, Graphic Novels. Zu den vielen, die sich vom Goethe-Leben, Goethe-Kosmos haben faszinieren lassen, gehört auch ein Philosoph, den man sonst gerne unter die Skeptiker rechnet, der aber in Sachen Goethe regelrecht entbrannte. Hans Blumenberg bemerkte über den zur Verfügung stehenden Materialreichtum, dass uns dieses Goethe-Leben und Goethe-Werk, so schrieb er, ich zitiere, zur Zugänglichkeit aufgeschlossen sei. Und tatsächlich gibt es wohl keinen anderen Autor und vielleicht überhaupt keinen anderen Menschen, über dessen Arbeit und Leben wir derart viel wissen. Nicht bloß die literarischen Werke im engeren Sinne, einschließlich die Periodika, Korrespondenz, Tagebücher, sondern auch die Sammlungen, die amtlichen Schriften und die Gespräche. Wir wissen, woran Goethe wann und wie lange gearbeitet hat, mit wem er zu Mittag und zu Abend gegessen hat, manchmal auch was er gegessen und auch was er getrunken hat, was er im Theater gesehen hat, von wem er besucht wurde und wen er besucht hat. Goethes Leben von Tag zu Tag umfasst acht dicke Bände mit ca. 700 Seiten pro Band. Und genau da fangen die Probleme an. Die durchschnittliche Lebenszeit, auch solcher, die von Haus aus, also als Literaturwissenschaftlerinnen mit Goethe beschäftigt sind, reicht eigentlich nicht aus, um all das auch nur zu lesen, geschweige denn es sich zu erarbeiten. Der Reichtum, ja die Grenzenlosigkeit dieses Goethe-Kosmos ist einschüchternd. Sie tendiert zur Schließung und auch zum Ausschluss. Goethe ist eigentlich gar nicht zugänglich, sondern eher so etwas wie eine bewährte Festung. Und hatte die Autorautorität selbst, die ihr Werk weit über die eigene Lebenszeit hinaus verlängern und viele Philologinnen und Philologen ins Brot setzen konnte, etwa mit dem versiegelten Faust, hatte der nicht selbst dekretiert, ich zitiere, meine Sachen können nicht populär werden. Wer daran denkt und dafür strebt, ist in einem Irrtum, Zitat Ende. Na dann, besten Dank. Alles ist da, in Hülle und Fülle, aber nicht für mich. Und das habe ich mir auch viele Jahre lang gesagt. Da lässt man doch lieber gleich die Finger davon. Und so habe ich einen großen Bogen lange um diesen Autor gemacht und mein Interesse lieber denen zugewandt, die er nicht mochte, wie Hölderlin und die Romantiker oder denen, die nach ihm kamen, wie Gottfried Keller oder Adabeth Stifter und unter ihrer epigonalen Stellung auch gelitten haben. Heinrich Heines gründlich schizophrenes Verhältnis zu Goethe kommt darin zum Ausdruck, dass er auf Goethes Todestag, das Ende der Kunstperiode datierte, wie dann Herr Egel etwas vor, etwas, etwa zur gleichen Zeit auch. Das Bewusstsein der eigenen Unzulänglichkeit diesem Werk gegenüber ist dem Unmut verschwisternd, der sich darüber regen kann, dass einer, hieß er auch Goethe, sein Leben für so wichtig erachtete, dass er es in die Zumutung eines denkbar dichten und weitläufigen Privatkosmos verwandelte. Der schon genannte Blumenberg gibt diesbezüglich beschwichtigende Auskunft. Es sei nämlich, schreibt er, ich zitiere, niemals das ganz und gar Fremde, was wir vor uns haben, wenn wir in die Intimität eines anderen Ich eingelassen werden. Zitat Ende. Das Leben dieses Weimarer Hofmannes, so Blumenberg, sei zwar gewiss kein exemplarisches im alten Sinne gewesen, sondern von sozusagen Eckermannscher Durchschnittlichkeit. Aber es habe eben die Totalität eines Lebens gehabt, das seines und nur seines war. Und dann fügt Blumenberg hinzu, ich zitiere, die anderen werden nicht entwertet, wenn einer vollendet, was allen möglich ist. Zitat Ende. Nun ja, man kann es auch anders sehen. Und ich zitiere einen, der es anders gesehen hat. Zitat. Nichts lockert die Spannkräfte so sehr wie leichte Gelegenheiten. Etwas derart bedeutete aber Weimar für Goethe. Weimar ermöglichte es ihm, sich in seiner Jugend zu verkapseln. Das Problem seiner Stellung in der Welt ist mit einem Schlag gelöst, ohne dass irgendetwas Bestimmtes von ihm verlangt wird. Goethe gewöhnt sich daran, auf dem Leben zu schwimmen. Viele Kräfte, die schicksalhaft in ihm liegen, entarten zu Liebhabereien. Tätigkeit und in Parenthese bekanntlich ein Lieblingswort Goethes, der sich stets an das hielt, was er die Forderung des Tages nannte und die Tätigkeit über alles stellte. Also Tätigkeit, mein Autor weiter, die mühelose Mühe der Pflanze, wenn sie blüht und Frucht trägt. Goethe wird vegetativ. Weimar war der Kokon, den der Seidenwurm absondert, um ihn zwischen sich und die Welt zu legen. Weimar trennte ihn auf bequemere Art von der Welt, aber es trennte ihn auch von sich selbst. Zitat Ende. Also keiner, der etwas vollendet hat, sondern einer, der immer wieder vor der Welt und sich selbst davon gelaufen ist. Erst nach Weimar, dann nach Italien und dann wieder nach Weimar. Die zitierten Sätze wurden im Jahr 1932 geschrieben, dem großen Goethe-Jubiläumsjahr zum 100. Todestag, Höhepunkt des seit 1900 stetig angewachsenen Goethe-Kultes, auf das dann der Terror folgte. Auch nahe bei Weimar. Das KZ Buchenwald wurde 1937 errichtet. Die zitierten Sätze über Goethe und Weimar stammen aus dem Essay mit dem Titel »Um einen Goethe von innen bittend« des spanischen Kritikers José Ortega y Gasset. Ohne schon wissen zu können, was die kommenden Jahre zeitigen würden, schrieb er auch, nochmal Zitat, »Uns beschäftigt mit allzu strenger Ausschließlichkeit dieses Jahr 1932, als dass man ihm jenes 1832 an irgendeiner Stelle einfügen könnte. Und das Schlimmste ist, dass an diesem so fragwürdigen Leben von 1932 es nichts Fragwürdigeres gibt, als gerade seine Beziehungen zur Vergangenheit.« Zitat Ende. Der Autor thematisiert also avant la lettre damals schon das Problem des Erbes. Nach 1945 sollte das Erbe Goethes sowohl im Osten wie im Westen Deutschlands Kontinuitäten herstellen, die für Ortega y Gasset und viele andere schon 1932 unwiderruflich abgebrochen waren. »Wir sind«, schrieb Ortega y Gasset, »ohne Tradition, mittellos, Neulinge im Leben und ohne Vorgänge.« Und ich zitiere weiter, das ist jetzt vor allem für meine Kolleginnen und Kollegen aus der Sommerschiele, »Der Mensch war ein Tier mit Klassikern. Aber die europäische Krise, die eine Weltkrise ist, könnte geradezu als eine Krise jedes Klassizismus definiert werden. Wir haben den Eindruck, dass uns die herkömmlichen Wege zur Lösung unserer Probleme nichts nützen.« Weiter Zitat, »Man sollte die Klassiker vor ein Tribunal von Schiffbrüchigen stellen. Wie würde Goethe vor diesem Gerichtshof bestehen?« Zitat Ende. Das kann man sich auch fast 100 Jahre später noch fragen, aufgrund anderer Weltkrisen, in denen der Schiffbruch für viel zu viele nicht mehr existenzphilosophische Metapher wie bei Blumenberg, sondern erlittene Wirklichkeit darstellt und sich die Zuschauerhaltung eigentlich verbietet. Es gab und gibt also, meine ich, gute Gründe, zu Goethe auf Distanz zu gehen und als Konsequenz die Begegnung, wie lange ich, besser zu vermeiden. Dann würde einem freilich natürlich auch sehr viel entgehen. Und deshalb möchte ich Ihnen heute Abend ein paar Vorschläge für Quereinstiege machen. Diese Vorschläge orientieren sich zwangslose, läufig an meinen eigenen Wegen um Goethe herum und dann in Goethe hinein. Ich gehöre nämlich nicht, na ja, noch nicht, zur Zunft der hauptamtlichen Goethe-Forscherinnen und Forscher. Ich will die Kolleginnen und Kollegen, die das sind, nicht missen, aber man kann sich diesen Autor und gerade diesen Autor auch anders als durch das ganz gelehrte Wissen erschließen, sich auf Um- und Abwägen mit ihm auseinandersetzen und von dem ganzen Kosmos vielleicht auch mal entschlossen absehen. Und dieses Absehen vom Goethe-Kosmos gilt in meinem Fall in besonderem Maße von Goethes Morphologie, die mich länger beschäftigt hat und die deshalb mein erster Vorschlag für einen Quereinstieg in den Kreis der naturwissenschaftlichen Schriften ist. Ich war mit ganz anderen Dingen beschäftigt, als dieser Gegenstand Goethes Morphologie mir unversehens den Weg versperrte und mich auf Abwege zwang, die dann ziemlich tief, muss ich sagen, in den Goethe-Kosmos hineinführten. Bei meiner Beschäftigung mit dem italienischen Philosophen Giorgio Agamben war ich wiederholt auf den Begriff der Lebensform gestoßen und hatte begonnen, der Geschichte dieses Ausdrucks nachzuforschen. Da gab es irgendwas bei Wittgenstein, es gab auch sehr viel in der Lebensphilosophie und in diesen Zusammenhängen, etwa in einem kleinen Büchlein zur Lebensphilosophie von Heinrich Rickert, von Haus aus ein emphatischer Neukantianer, da begegnete mir immer in den Motti immer wieder Goethes Morphologie, also seine Lehre von der Bildung und Umbildung organischer Formen und vor allem seine Überlegungen zur Metamorphose der Pflanzen. Wie präsent diese Wissenschaftshistorisch, so gebildet war ich immerhin auch in wissenschaftshistorischen Dingen, durch Darwins Evolutionslehre längst eigentlich überholte Theorie, vor allem in der Zwischenkriegszeit war, zeigt Franz Blei, Schriftsteller und Autor des 1924 erschienenen literarischen Bestiariums. In diesem wunderbaren Buch, in dem es auch einen Antrag, übrigens, weil wir das heute hatten in der Ausstellung, zu Rilke gibt, in dem es unter anderem heißt, dass es nicht klar ist, ob es die Rilke oder der Rilke heißt. In diesem wunderbaren Buch also findet sich auch eine satirische Abhandlung über das faustische Urviech, die sich auf Goethes Abhandlung über den Urstier bezieht und in der die grassierende Morphologie-Mode der Zwischenkriegszeit nach allen Regeln der Kunst aufs Korn genommen wird. Das, Franz Blei, war aber nur die Spitze eines veritablen Eisberges. Wenn ich wissen wollte, warum man sich im frühen 20. Jahrhundert so sehr für dieses eigentlich überholte und irgendwie abgelegene Wissensfeld der Morphologie interessierte, musste ich zurück zum Begründer dieser Wissenschaft. Wundersamerweise und sonst wäre ich auch nicht so lange dabei geblieben, fand ich bei Goethes Morphologie nun Bedingungen vor, die zwar auch überdeterminiert und furchtanflößend waren, denn immerhin hat sich Goethe seit der Italienreise, als er, so heißt es immer noch und immer wieder, auf Sizilien durchs Gebüsch kriechend der Urpflanze nachstellte, die es doch geben müsse und nach deren Muster man auch noch nicht existierende Pflanzen erfinden könne, seit damals also und bis zur spätesten Einlassung auf den Akademiestreit zwischen den meisten großen französischen Naturforschern Geoffrey Saint-Hilaire und Cuvier wenige Wochen vor seinem Tod durchgängig also zeitlebens mit morphologischen Fragen beschäftigt. Aber die Summe dieser Beschäftigung bot ein erstaunliches Bild und auch erstaunliche Freiheit. Ich kannte die Farbenlehre, die Elegie Metamorphose der Pflanzen und natürlich die gleichnamige Prosa-Studie zur Entwicklung einjähriger Pflanzen und ich stellte mir ahnungslos wie ich war unter den Heften zur Morphologie so etwas vor wie die Farbenlehre schön geordnet in Paragraphen und ich war nicht vorbereitet auf das Krause Sammelsurium dieses zwischen 1817 und 1824 überwiegend von Goethe selbst bestückten Periodikums mit seiner wild wuchernden Mischung aus Gedichten und Aphorismen Reminiscenzen und Rezensionen Schemata und Entwürfen wieder abgedruckten kommentierten und neu verfassten Texten und ich schöpfte erst so richtig Mut als ich im Vorwort der Münchner Ausgabe las diese Hefte zur Morphologie gingen so schreibt der Herausgeber eigentlich in eine ganz ungöthische Richtung Zitat Ende das war schon mal vielversprechend zwar stellte sich auch rasch heraus dass Goethes Morphologie keineswegs eine Leerstelle ist oder ein vernachlässigtes Feld ganz im Gegenteil die Forschung ist genauso endlos wie zu allen anderen Gegenständen im Goethe-Universum auch aber es zeichnete sich doch eine Lücke ab nicht gerade eine Forschungslücke im geläufigen Sinn sowas gibt es bei Goethe eigentlich nicht mehr und schon lange nicht mehr aber doch ein Spalt der sich zwischen zwei oder drei großen Deutungslinien für mich öffnete es gab einerseits die Deutungslinien da gab es einerseits den Ausgriff auf Goethes Morphologie von dem Gesamtkomplex seiner naturwissenschaftlichen Schriften hier einschließlich Versuche ihrer Fruchtbarmachung für ästhetische und literarische Fragen und es gab andererseits wissenschaftshistorische Kontextualisierung und Timothy Lenoirs Buch war damals sehr wichtig für mich in beiden Fällen aber war die seltsame Textgestalt weitgehend unberücksichtigt geblieben und jünger Zeit gab es einige Ansätze sie zu beschreiben und zu deuten aber ich sah doch die Chance Goethes Formenlehre unmittelbar an ihre seltsame Darstellung zu koppeln und sie von dort her neu zu beschreiben und siehe da der Autor und Wissenschaftler Goethe kam mir auf halbem Weg entgegen denn er war in Sachen Morphologie tatsächlich ein Gründer obwohl es das Phänomen natürlich länger gibt und auch schon bei Aristoteles aber der Begriff Morphologie ist schon seiner aber Goethe war auch selber so stellte sich heraus ein Quereinsteiger in einem nicht genau datierbaren in die Druckfassung der Hefte auch nicht eingegangenen Text über Morphologie als Wissenschaft wird zuerst ihr Verhältnis zu den anderen Wissenschaften abgehandelt und dann heißt es gegen Ende jetzt Zitat Goethe sie die Morphologie muss sich als eine besondere Wissenschaft erst legitimieren indem sie das was bei anderen gelegentlich und zufällig abgehandelt ist zu ihrem Hauptgegenstand macht indem sie das was dort und andernorts zerstreut ist sammelt und einen neuen Standort feststellt sie hat den großen Vorteil dass sie aus Elementen besteht die allgemein anerkannt sind dass sie mit keiner Leere im Widerstreite steht dass sie nichts wegzuräumen braucht um sich Platz zu verschaffen dass die Phänomene mit denen sie sich beschäftigt höchst bedeutend sind und dass die Operationen des Geistes wodurch sie die Phänomene die Wissenschaft zusammenstellt der menschlichen Natur angemessen und angenehm sind sodass auch ein fehlgeschlagener Versuch darin selbst noch Nutzen und Anmut verbinden könnte Zitat Ende so lässig nachlässig ist die Gründung einer neuen Wissenschaft wohl selten formuliert worden dieser Kläreinsteiger reißt nichts ein baut nichts Neues aus sondern verschiebt die Dinge bloß etwas versammelt was andernorts getrennt wird und verknüpft es neu das war jetzt doch etwas anderes als was mir die Rezeptionsgeschichte über Goethes Morphologie mitgeteilt hatte in Robert Mandelkos großartigem Standardwerk wird die Morphologie mit sehr spitzen Fingern angefasst weil sie politisch durch die deutsche Obsession mit dem Gestaltbegriff kompromittiert war in einem der ersten für die Hefte zur Morphologie als Einleitung verfassten Text von 1806 nachdem er anfing nach Napoleon und er sich anfing Besetzung Weimars und er sich Sorgen um seine Papiere machte heißt es denn ich zitiere Goethe der Deutsche hat für den Komplex des Daseins eines wirklichen Wesens das Wort Gestalt er abstrahiert bei diesem Ausdruck von dem Beweglichen er nimmt an dass ein Zusammengehöriges festgestellt abgeschlossen und in seinem Charakter fixiert sei Zitat Ende dieser Satz in dem der enge Zusammenhang von Morphologie und Gestalttheorie beschlossen zu sein scheint wird von vielen Autoren auch Jüngeren als Beleg für Goethe als Begründer des sehr deutschen und im 20. Jahrhundert sehr nationalistischen und nachher auch nationalsozialistischen Gestaltdenkens angeführt etwa im Vorwort der von Wilhelm Troll verantworteten Auswahl von Goethes morphologischen Schriften 1924 im selben Jahr wie Franz Bleis Bestiarium aber Troll wie viele vor und nach ihm unterschlägt den Fortgang des Textes bei Goethe bei dem es nämlich unmittelbar an den zitierten Passus anschließend heißt Zitat Adversativ das ist als Zusammengehöriges festgestellt und abgeschlossen dann kommt der nächste Satz betrachten wir aber alle Gestalten besonders die organischen so finden wir dass nirgends ein bestehendes nirgends ein ruhendes ein abgeschlossenes vorkommt sondern dass vielmehr alles in einer steten Bewegung schwanke weiter Zitat wollen wir also eine Morphologie einleiten so dürfen wir nicht von Gestalt sprechen sondern wenn wir das Wort brauchen uns allenfalls dabei nur die Idee den Begriff oder ein in der Erfahrung nur für den Augenblick festgehaltenes denken das Gebildete wird sogleich wieder umgebildet und wir haben uns wenn wir nur einigermaßen zum lebendigen Anschauen der Natur gelangen wollten selbst so beweglich und bildsam zu erhalten nach dem Beispiele mit dem sie uns vorangeht Zitat mit anderen Worten ich hatte erst einmal freie Bahn nun allerdings tauchte ein anderes Problem auf die Freiräume der Hefte zur Morphologie hatten Grenzen zwar hatte der lässige Wissenschaftsbegründer für Methodik im kathesischen Sinne wenig übrig und verwies darauf dass er als Dramatiker gewohnt sei sich einmal diese und einmal jene Perspektive oder Vorstellungsart zu eigen zu machen aber gerade die willkommene Heterogenität der Hefte erschwerte jetzt auf neue Weise meinen Zugang und Zugriff schon Schiller und ich war dabei nicht alleine denn schon Schiller hatte geklagt ich zitiere er ist an nichts zu fassen Zitat Goethe selbst forderte Bildsamkeit zeigt die Natur sich schwanken so muss man als Betrachter eben auch schwanken und das tat er in den Heften nach Kräften unter diesen Umständen war es nicht sinnvoll eine Bewerkung gegen die Entgegengesetzte auszuspielen zumal solche Konstellationen von Problemen und Erwiderungen ein in den Heften zur Anwendung kommendes Disputationsverfahren darstellen wie Schwanken und Heterogenität und Nichtgestalt nun mit Goethes andererseits auch nicht anzuzweifeln im festen Glauben zusammenzubringen sein sollte dass die Natur bei ihren Bildungen ja noch in ihren Missbildungen oder Monstra gesetzmäßig zu Werke geht das war schwierig und ich musste doch irgendwie festen Grund unter die interpretierenden Füße kriegen und schließlich habe ich mir dann eine einzelne Rezension herausgegriffen über die Nagetiere die mir schon vor vielen Jahren bei der ersten Lektüre viel Spaß gemacht hatte weil die Tätigkeit dieses schwankende Nagergeschlechtes so wunderbar beschrieben worden war ich zitiere und das ist meine Keimzelle der Beschäftigung mit der Morphologie Zitat Scharfes aber geringes erfassen Eilige Sättigung auch nachher wiederholtes Abraspeln der Gegenstände fortgesetztes fast krampfhaft leidenschaftliches absichtslos zerstörendes Knuspern Zitat Anlass und Gegenstand dieser im vierten Heft aus der ich jetzt zitiert habe zur Morphologie erschienenen Rezension war ein querformatiger Band mit Abbildungen der Nagetiere Eichhörnchen Biber und alles mögliche auf denen ihre äußerliche Hülle in nebligem Grau erschien während die Skelette weiß und plastisch in den Vordergrund taten diesen Band des großen Bonner Anatomen und Kunstgeschichtlers Louis Dalton habe ich zum ersten Mal hier nicht hier aber in der Anna Amalia Bibliothek einsehen können und damit auch die wichtigen Texte die Dalton dazu verfasst hat und die Goethe in seiner Rezension überhaupt nicht erwähnt aber Goethe hat diesen Grenzgänger Dalton zwischen den noch nicht separierten Disziplinen sehr geschätzt ihn häufig bei sich empfangen und auch dessen Schrift über die Dickhäuter und Faultiere deren Lektüre jetzt leider dem Streik zum Opfer gefallen ist höchstes Slop gezollt hat im Ausgang von diesem bloß wenige Seiten umfassenden Textchen über die Nagetiere habe ich dann nicht versucht die Probleme von Goethes Morphologie so aufzurollen dass ihr Fortwerken als ungelöste Probleme auch im 20. Jahrhundert verstehbar wurde und damit auch ihre Fruchtbarkeit in der Rezeptionsgeschichte wiedergefunden werden konnte jenseits der Frage nicht nur jenseits aber nicht nur die nationalsozialistische Rezeption diese Arbeit zum Nachwirken der Morphologie bis tief ins 20. Jahrhundert hinein die gemeinsame zwei morphologischen Mitstreiterinnen und Unterstützung der deutschen Forschungsgemeinschaft geschrieben habe sie ist ich darf es sagen sie ist jetzt soeben seit drei vier Tagen endlich erschienen Gott sei Dank damit ist das Kapitel erstmal abgeschlossen und der Grund warum es so lange gedauert hat die Verspätung hat damit zu tun nicht zu knapp weil ich eben so lange bei Goethe hängen geblieben war zweiter Quereinsteiger Vorschlag die Gedichte die Morphologie ist zugegebenermaßen ein sehr abseitiger Quereinstieg einen direkteren bietet und vielleicht der kürzeste ist Goethes Lyrik gerade auf sie bezogen hat sein berühmter Ausspruch dass die deutsche Literatur in den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts so alt wie er selber gewesen sei eine gewisse Berechtigung auch wenn der an seinen Gedichten entwickelte Topos der Erlebnis Lyrik heute kaum noch Bedeutung hat aber als ich in Freiburg mit dem Studium bei Gerhard Kaiser anfing anfing und der in seiner Lyrik Vorlesung an den Vers kam ein rosenfarbenes Frühlingswetter umgab ihr liebliches Gesicht da brach es auch aus ihm heraus das ist neu das ist Goethe und er hat noch immer recht viel ist zur Geschichte der Lyrik seit Klopstock und zur Epoche der Empfindsamkeit geschrieben worden aber nichts davon hat vor allem Goethes frühen Gedichten ihre frische und nun ja ihre Zugänglichkeit genommen im Nachkriegsjahr 1947 berichtet eine ehemalige Krankenschwester über ihre Wiederbegegnung mit Goethes Gedichten ich zitiere aus jeder Zeile floss Jubel und Trost in mich über und verschmolz mit dem alten Besitz Goethischer Lyrik alles auswendig gelernt vor allem den Straßburger Liedern und den Gedichten der Weimarer Zeit zu einem neuen Lebensglauben Zitat Ende ob die Lektüre heute noch heilsam in derselben Weise sein kann oder sollte ist fraglich das hat nochmal mit der Erbe Diskussion zu tun und den Kontinuitäten aber über Lyrik als Trost könnte man vielleicht doch einmal wieder nachdenken Theodor W. Adorno gewiss kein Goethe-Verehrer oder besonderer Goethe-Liebhaber hat es getan anhand der berühmten Verse über allen Gipfeln ist Ruh in allen Wipfeln spürst du kaum einen Hauch Warte nur bald ruhst du auch Hier Werde schrieb Adorno in seiner Radiorede über Lyrik und Gesellschaft mit ich zitiere mit dem rätselhaften Lächeln von Trauer das ganze Leben zum kurzen Augenblick vor dem Einschlafen Der Ton des Friedens weiter Zitat bezeugt das Frieden nicht gelang ohne dass doch der Traum zerbreche Zitat doch dieser Trost ist nicht alles denn weiter Zitat unmerklich lautlos streift Ironie das Tröstende des Gedichts die Sekunden vor der Seligkeit des Schlafes sind die gleichen die das kurze Leben vom Tode trennen Zitat Ende Adorno weiß wohl dass solche Ironie auch in ihrer hier vorliegenden erhabenen Form stets wie er sagt bürgerlich war der Trost ist wer bist du schon du bist vergänglich ist wohlfeil und immer auch etwas hämisch aber diese gegenläufigen Momente des Festhaltens am versprochenen Frieden und der Desillusionierung hält dieses Gedicht für einen Moment in der Schwebe nochmal Adorno der Hintergrund des Zerstörenden ich hasse die Natur heute entrückt es dem Spiel während das Zerstörende noch keine Gewalt hat über die gewaltlose Macht des Trostes Zitat Ende das ist sehr schön auch bewegend und wenn nicht wahr so doch immerhin tröstlich aber für Literaturwissenschaftler denen mit Goethe hadern zu müssen so ein bisschen in Fleisch und Blut übergegangen ist ist das ein schwacher Trost mein Vorschlag für Quereinsteigern mit Lyrikinteressen sieht wirklich etwas anders aus ich war wieder mal lange vor der Morphologie andernorts unterwegs und zu Gange gewesen der früh verstorbene Max Kommerell ehemals von Stefan George hochgeschätztes Mitglied des George-Kreises dann ein Abträumiger interessierte mich auch weil jemand gesagt hatte den müsse man noch entdecken und Agamben behauptet hatte dass diese Figur noch zu entdecken sei und weil Kommerell nun ein wichtiges Buch über Lyrik geschrieben hatte in dem die mir unbekannte Spruch Lyrik Goethes eine wichtige Rolle spielte vielmehr irgendwie und irgendwann Wolfgang Preisendanzes Dissertation zu diesem Thema in die Hände Preisendanz 1920 geboren 2007 verstorben kannte ich als Experten für Realismus wusste aber nicht dass er mit Goethe angefangen hatte 1952 jedoch wurde er in Heidelberg mit einer auf den ersten Blick eher staubtrocken anmutenden Arbeit promoviert ihr Titel lautete die Spruchform in der Lyrik des alten Goethe und ihre Vorgeschichte bei Opitz Zitat Ende noch zu meiner Zeit in Bonn hieß sowas naja mit etwas Anerkennung Schwarzbrot Germanistik im Rückblick erkennt man bei der Lektüre von Preisendanz sofort die Beziehungen die von Spruch und Witz in der Nachfolge der alten barocken Dichtertugend der Aguzia zum späteren Humorthema im Realismus führen jedenfalls bin ich Quereinstieg in dieser Arbeit zum ersten Mal Goethes zahmen Xenien begegnet die der 1821 wieder mal in der eigenen Zeitschrift diesmal über Kunst und Altertum hatte erscheinen lassen gleich der erste Spruch mit dem auch Preisendanz Einsatz hat es in sich ich zitiere wir sind vielleicht zu antik gewesen nun wollen wir es moderner lesen Zitat Ende das klang jetzt gar nicht nach Olympia und Klassik wenn aber auch deren Gegenteil das Moderne auch nicht so besonders gut wegzukommen schien etwas später erfolgt die zynische Demontage des Erlebnisgedichtes zugunsten des Gelegenheitsgedichtes Zitat willst du dich als Dichter beweisen so musst du nicht Helden noch Hirten preisen hier ist Roddus tanze du Wicht und der Gelegenheit schaff ein Gedicht Zitat Ende da überrascht nicht nur der Ton die harte Fügung von antiker Wendung Hikrodus Hiksalta und dem Reim von Gedicht und Wicht sondern vor allem der freche Schluss mit seiner verknappten Inversion nicht die Gelegenheiten schaffen Gedichte sondern die Gelegenheit ist ein Gedicht zu verschaffen was Kommerel mir schon gezeigt hatte und wohl tatsächlich zur Signatur von Goethes Spätstil gehört die Beugung der Syntax steht in diesen Sprüchen nicht wie etwa in der Pandora im Dienst erhoben gehoben erhabenen Sprechens sondern erweckt umgekehrt vor aller Raffinesse den Eindruck des frisch von der Leber weggesprochenen und ist auf charmante Weise bissig in alle Richtungen freilich auch sehr einsam sage mir keiner hier soll ich hausen hier mehr als draußen bin ich alleine Zitat Ende und der Trost den Gedichte spenden können wird vom Autor halb anmaßen und halb zynes selbst in Anspruch genommen nochmal Zitat mich könnte dies und das betrüben hätte ich es nicht schon in Versen geschrieben Zitat Ende auch das dialogische Verfahren Problem und Erwiderung findet lyrische Verwendung Zitat was hast du denn unruhig bist du nicht und auch nicht ruhig machst mir ein Gesicht als schwanktest du da ist wieder das Schwanken magnetischen Schlaf zu ahnen der alte schlummert wie das Kind und wie wir Menschen eben sind wir schlafen sämtlich auf Vulkanen zu Neptunismus und Vulkanismus hat die Goethe Forschung endlos was zu sagen aber sei es drum wir schlafen sämtlich auf Vulkanen das versteht man auch ohne das und deshalb sind die Samens Genien mein Quereinsteiger für die Lyrik wie sieht es mit dem Drama aus bloß Gymnasien immer noch verordnete Ephigenia auf Taurus und auch nicht das Künstler Drama Tasso diese Traben tun nur sämtlich nur so als seien sie zugänglich die früheren Texte Goethe Stella Egmont sind es vielleicht eher aber doch vielleicht mit Ausnahme von Stella keine fesselnde Lektüre ich habe schon bei der Lyrik einige Sympathie für das Spätwerk einbekannt und ich bleibe dabei in Dramatizis begann das Goethes Spätwerk ziemlich früh und zwar mit der noch zu Lebzeiten Schillers aber dem Freund verheimlichten Abfassung des als Trilogie geplanten Trauerspiels Die Natürliche Tochter basierend auf den Memoiren einer französischen Aristokratin abgesehen von den früheren Aufgeregten ist Die Natürliche Tochter das einzige Stück in dem sich Goethe seiner eigenen Aussage zufolge mit dem Ereignis beschäftigt hat dass er wie er schreibt das ist die Formulierung dichterisch nicht zu gewältigen wusste nämlich die französische Revolution dieser Gelegenheit ward kein Gedicht erschaffen jedenfalls keins von Goethe und diese Gelegenheit wenn es denn eine war schuf kein Gedicht zwar spielt die Revolution bei Goethe immer mal wieder eine Rolle wird erwähnt umspielt aber nur in der natürlichen Tochter geht es wie wohl sehr verhüllt und dunkel um dieses Ereignis und weil Goethes Verhältnis oder besser sein Un- und Nichtverhältnis zur französischen Revolution auch ein Grund ist mit ihm zu hadern sollte man diesen Stier direkt bei seinen Hörnern fassen und das heißt in diesem Fall auch dort wo der Einstieg durch den hohen Ton die rätselhafte Sprache und andere Sonderbarkeiten des Altersstils erst einmal besonders schwer scheint zur Einstimmung auf das was einen bei Lektüre dieses Stücks erwartet noch einmal Ortega Igacet über Goethes Steifheit und Starrheit die er in seinem Zitat Perpendikulargang verkörpert sie ich zitiere Ortega Igacet warum ging er unter den Menschen umher und trug seinen Körper wie man Standarten in einer Prozession trägt Franz Grillperzer der diese Versteifung bei seinem Besuch in Weimar zu bespüren brach in Tränen aus als sich der geheime Rat der seinen Kompaar wie eine Standarte herumgetragen hatte am anderen Tag freundlicher und geneigter zeigte das erste literarische Dokument dieser formalen Versteifung und der Versteifung im Formalen die lebensweltlich also 1803 da ist Goethe noch nicht mal Mitte 50 mit dem Alter kann es also nichts zu tun haben das erste Dokument ist die natürliche Tochter so wenig Rechnung wurde hier der Vergurenpsychologie getragen so nachlässig verführer Goethe mit dem lückenhaften Plot dass die Zeit und Raum entrückte natürliche Tochter mehr mit einer Versuchsanordnung zu tun hat als mit einem Drama außer der Heldin mit Namen Eugenie also wörtlich die wohlgeborene aber eben leider nicht legitime nämlich sondern nur illegitime Tochter deswegen natürlich bleibt das Personal ohne Namen Eugenies Vater der Herzog König Hofmeisterin Sekretär weltgleichslicher Gouverneur Äbtissin Mönch und schließlich noch ein bürgerlicher Gerichtsrat den Eugenie am Ende heiratet aber die Hoffnung auf offizielle Anerkennung ihres Blutes nicht aufgebend und im Übrigen den Vollzug der Ehe bis auf weiteres Mal aussetzend Zitat Eugenie das alles wird ein günstiges Geschick zu rechter Zeit auf hohe Zwecke lenken Zitat auch bevor die dürftige Handlung in den letzten beiden Akten vollends stagniert findet auf der Bühne wenig Stadt am Vorabend ihrer durch den Tod der hochrangigen Mutter wahrscheinlich die Schwester des Königs möglich gewordenen Legitimation als Verwandte des Königs wird die Titelheldin Opfer einer wohl von ihrem missgünstigen allerdings nicht in Erscheinung tretenden Halbbruder angezettelten Intrige in die auf undurchsichtige Weise auch ihre Hofmeisterin der Sekretär und der Weltgeistliche involviert sind die Intrige scheint ihrerseits auf ebenfalls undurchsichtige Weise mit dem bevorstehenden jähen Umsturz des Reiches zu tun zu haben mit dem die Revolution aber auch ein alter Zwist der Große gegen Großreiz gemeint sein können Handlung Motive Umstände durchgängig diffus rätselhaft Deutlich Deutlich genug aber erkennt man Goethes politische Grundüberzeugung dass die sich schemenhaft andeutende Krise auf Rechnung labil gewordener Herrschaft geht In Eugenius Worten nimmt sich das so aus ich zitiere Wo er der König wo er der König wankt wankt das gemeine Wesen und wenn er fällt mit ihm stürzt alles hin Zitat Ende Das war Goethes Credo seit der Halsband Affäre die er in einer Komödie verarbeitet hatte Wirkungsvollster Agent der geheimbleibenden Mächte ist in der natürlichen Tochter keine Person sondern das Requisit eines geheimnisvollen Briefes dessen Inhalt der Gerichtsrat der Hofmeisterin gegenüber einmal wie folgt zusammenfasst Anheimgegeben ward ein edles Kind auf Tod und Leben sag ich wohl zu viel Anheimgegeben deiner der Hofmeisterin Willkür Jeder sei er Beamter Kriegsmann Bürger All sind angewiesen dich zu schützen sie nach deines Wort Gesetzen zu behandeln also eigentlich vogelfrei Eugenie ist aufgrund des ominösen Dokuments das an die während der Revolution verbreiteten Lettre de Cachet erinnert der Hofmeisterin ausgeliefert und die möchte sie auf entfernte Inseln entführen Wie man vom Brief nicht weiß ob er das königliche Siegel mit dem Wissen des Königs erhielt er hat das Siegel oder es sich um eine Fälschung und Betrug handelt in derselben Weise erscheinen alle Personen in dubiosem Zwielicht sie alle sind sich Verstellende die allerdings weder sich selbst noch die anderen vollends durchschauen die vielfach abgewandelte Metaphorik um Netz und Labyrinth verweist auf heil und ausweglose Verstrickung insbesondere der dritte Akt in dem der Vater aufgrund der lügnerischen Vorspiegelung des Weltgeistes geistlichen der Zeuge eines Reitunfalls zu sein behauptet bei dem Eugenie gestorben sei als dieser Vater die totgeglaubte Tochter beklagt das führt in grausamer Deutlichkeit die enorme Effizienz der Lüge und des Betrugs vor anders als die Zurücknahme des versuchten Betrugs an Toas durch Ephigenie die Goethe verteufelt human übrigens erst zur Zeit der Arbeit an der natürlichen Tochter nannte verschwindet Eugenies belogener Vater unaufgeklärt aus dem Stück einzig Eugenie des Kampfes unschuldiger Anlass scheint dieser trüben Welt undurchsichtiger Absichten und betrügerischer Reden zu entgehen da sind sich die vielen Interpreten einig in ihrer Person komme was sie sagt und tut und wer sie ist so zur Deckung wie ihr Name den Kern ihrer Existenz bezeichnet allein Eugenie verkörpere in einer von Korruption und Parteigewalt das ist ein Wort Goethes verdunkelten Welt noch das wesenhaft Wirkliche des Scheins der sonst im Stück nur als Betrug zur Erscheinung kommt und Ausdruck fände dass in der berühmtesten Sentenz des Stückes Goethisches Urgeschein der Schein was ist er dem das Wesen fehlt das Wesen wäre es wenn es nicht erschiene in den Worten von Bernhard Böschenstein ist Eugenie die Verkörperung des wesenhaften Scheins Zitat Böschenstein ein Götterbild in götterloser Welt diesen Eindruck hat die Heldin nicht nur bei ihren Interpreten hinterlassen sondern so wirkt sie in der Tat auf alle die mit ihr im Laufe des Stückes in Kontakt kommen der Gerichtsrat und künftige Gatte bringt das auf die Formel wer dich gesehen irrt nicht mehr Sie merken schon die natürliche Tochter ist politisch wie ästhetisch so ziemlich der konservativste Brocken im Gesamtwerk man kann es so zusammenfassen das wahre Wesen der durch Parteigewalt und Korruption unterhüllten Manarchie überlebt allein im literarisch ästhetischen Exil das die vom Autor sehr geliebte Hauptfigur ebenso verkörpert wie das so verrätselt wie formal überfordernde Stück in dem fast jeder Vers sich zu einer Sentenz ründet wie Goethe das nennt aber so einfach ist es dann doch nicht und das zeigt vor allem der Schluss obwohl Eugenie ihre aristokratisch monarchischen Überzeugungen nicht aufgibt wird sie am Schluss zum Subjekt einer Erkenntnis die sie mit keiner anderen Figur teilt sie sagt wo blieb der Geist der sie zu einem Zweck vereinigte die feindlich Kämpfenden der diesem großen Volk als Führer sich als König und als Vater dargestellt er ist entschwunden was uns übrig bleibt ist ein Gespenst das mit vergebenem Streben verlorenen Besitz zu greifen wähnt der Geist die einigende Macht kommt eben nicht mehr zur Erscheinung verkörpert sich nicht länger in Vater Figuren und Königen übrig bleibt vom erscheinenden Wesen das chimerische Gespenst als dass sich Eugenie im Augenblick dieser Erkenntnis selbst begreift die im Stück leitmotivisch wiederkehrende Vorstellung dass Eugenie eine lebendig Begrabene sei weil sie immer noch auf die Legitimation wortet wird hier zurechtgerückt sie ist die Wiedergängerin eines bereits Toten nicht umsonst erscheint sie am Anfang des Stücks auf einer Bahre und schon dafür tot geglaubt mit ihrer Erkenntnis über die dass der Geist sich nicht mehr als König und als Vater darstellt mit dieser Erkenntnis holt Eugenie subjektiv ein was objektiv bereits im ersten Akt feststellt als sie sich dort während der königlichen Jagd auf jener Klippenwald wildbewachsener Höhe erstmals zeigt von der sie gleich darauf stürzen aber überleben wird ist das Flücht geziel ist der Hirsch bereits erlegt und der Jagdgebrauch vollendet Eugenie kommt von Anfang an zu spät die Jagd das Symbol aristokratischer Lebens- und Repräsentationsform ist aus indem Eugenie am Ende des Stücks den unwiderruflichen Kollaps einer Repräsentationslogik diagnostiziert in der sich der unsichtbare Geist in Vätern und Königen zur Erscheinung brachte tritt aber auch die Anachronizität des Umgangs mit Verlorenem in den Blick den die übrigen Figuren der Herzog ihr Vater der Gerichtsrat ihr Gatte pflegen sie sind es die Eugenie als Denkmal einer abgestorbenen Kultur huldigen die nur im Kunstwerk überlebt der immer vor Denkmal stiftende Herzog versucht sich der totgeglaubten Tochter durch die radikale Vergeistigung zu vergewissern Zitat der Gottheit hatte dich vollendet einst gedacht und dargestellt so bist du teilhaft des Unendlichen des Ewigen und bist auf ewig mein Zitat auch dem Gerichtsrat gilt sie als höchstes Musterbild den Geist der diese Männer gestalten beseelt die auf Verlust mit übersteigerter Vergeistigung und Musealisierung regieren diesen Geist überführt Eugenies Einsicht seiner Gespenstigkeit jene sind es die Verlorenes ästhetisch ersetzen möchten so dass die Kunst den leeren Ort des gefallenen Souveräns besetzen kann damit führen sie eine Kultur fort deren Zerfall Goethes Stück nicht nur protokolliert sondern den es mit Eugenies später Einsicht bestätigt politisch und ästhetisch ist die natürliche Tochter ein erstaunliches Stück es erinnert eigentlich an Beckets warten auf Godot und damit mehr als 20. als ans 18. oder 19. Jahrhundert dann sind wir schon fast am Ende und ich bin Ihnen noch einen Quereinstieg zu Goethes Romanen und seinen Eben schuldig zuerst zum Roman und das geht ganz schnell unglücklich Verliebte werden den Werther vielleicht auch heute noch das eine oder andere abgewinnen können bei den Wilhelm-Meister-Romanen ist das schon schwieriger obwohl ja bis heute gilt dass der erste Roman der Beginn des deutschen Sonderwegs in Sachen Bildungsroman sei und dass der zweite also Wilhelm-Meisters Wanderjahre der erste moderne Roman sei der mit dem Bildungsroman nichts mehr zu tun habe zwei Romane zweimal gattungsprägend das ist vielleicht ein bisschen viel für einen Quereinstieg und dessen müssen und können es nur die Wahlverwandtschaften sein dass Goethe meinte es sei sein bester Roman und er sich etwas darauf zugute halt derart viel wie er sagt hineingeheimnis zu haben dass ein Lektüre durchgang gewiss nicht reichen würde das tut nichts zur Sache mit anderen Worten das ist mir erstmal Hekuba es bewahrheitet sich aber leider stets aufs Neue unter dem Titel was ist und wie funktioniert ein Roman habe ich einmal in einer Einführungsveranstaltung mit großem Erfolg die Wahlverwandtschaften zugrunde gelegt woher kam der Erfolg nun zum einen ist es ja auch für spätere Generationen eine ziemlich abgefahrene Geschichte wie da vor düsterer Kulisse vier Personen sich überkreuz verlieben ein Kind geboren wird das nicht die Züge des leiblichen Vaters trägt sondern die des anderen Mannes an den die Mutter beim Zeugungsakt gedacht hat das Kind dann bei einem Bootsunfall stirbt und sich den Vater des jungen liebende junge Frau mit Namen Ottilie schließlich zu Tode hungert um nach ihrem Tod als Wunderheilerin verehrt zu werden das ist schon ziemlich viel und es überrascht nicht dass die Zeitgenossen damit erst einmal nicht viel anfangen konnten und wir heute auch etwas befremdet davorstehen können halb Gothic Novel Schauer Roman und halb Krimi jedenfalls etwas das den detektivischen Spürsinn und die Lust am Text verlässlich weckt und für die denen das nicht reicht setze ich das Abenteuer in der Interpretationsgeschichte dieses Romans fort Walter Benjamin hat ihm einen seiner größten Essays gewidmet und Kollege Hün von der Una Iena hat einen wunderbaren Surkamp über Interpretationen von Goethes Wahlverwandtschaften gemacht und jetzt Endspurt genauso kurz und bündig ein Quereinsteiger Vorschlag zum Epos der deutschen bis tief ins 20. Jahrhundert liebstes Epos Hermann und Do der mit dem Goethe mehr Geld gemacht hat als mit allem anderen scheint mir ebenso ungeeignet wie die fragmentgebliebene Achilles und Reineke Fuchs ist auch viel zu voraussetzungsreich nein jetzt muss es Faust sein das sieht natürlich erstmal nach Etikettenschwindel aus denn ein Vers Epos im klassischen Sinne das ist der Faust natürlich nicht auch wenn Hexameter bedeutend und bedeutsam vorkommen und es gibt auch niemanden der es direkt als Epos bezeichnet hätte das schlimmste wäre das allerschlimmste jetzt hier beim Faust vom Nationalepos reden zu wollen unter diesem Titel wurde bekanntlich das Nibelungenlied im 19. und leider auch bis tief ins 20. Jahrhundert gehandelt und verschandelt aber der ungarische Marxist und Literaturwissenschaftler Georg Lukacs hat sich über die Frage was der Faust denn eigentlich für eine Gattung sei ein paar ganz interessante Gedanken gemacht die ich abschließend als Einstieg in Goethes Faust nahe legen möchte über Lyrik Drama und Roman und auch über Wissenschaftsprosa kann man viele Worte Verlierung als Gattung muss es aber nicht beim Epos ist es leider so nicht möglich denn diese älteste Gattung die homerischen Epen fallen einem natürlich sofort ein obwohl den höchsten Rang bis zum 18. Jahrhundert nicht die Griechen sondern Bergils Ernähes hatten also egal was einem da jetzt einfällt dieses Epos ist seit dem 18. Jahrhundert ein Problemkind der Poetik und der Literaturtheorie aber keineswegs ein Stiefkind und derzeit auch derzeit heute praktisch im Aufwand wie das in meinen Augen leider nicht preiswürdige aber preisgekrönte Buch von Annette Weber ein Heldinnenepos ebenso zeigt wie das sehr wohl preiswürdige Epos Epos Verband von Ann Cotton deren Titel auch schon etwas über das Epos sagt das Epos war nämlich selbst lange verbannt schien aus verschiedenen Gründen die vor allem Hegel angeführt hat unmöglich in der Neuzeit und war gerade deshalb zu einer Art Sehnsuchtsgattung der frühe Lukacs hat dem in seiner 1916 erschienenen Theorie des Romans zugearbeitet soweit nur zum Kontext Lukacs das muss man auch wissen hat nun über die deutsche Literatur nicht viel Gutes zu sagen er geht vielmehr mit ihr sehr hart ins Gericht und Grund dafür sind die Verfehlungen der deutschen Geschichte so sieht er das seit der Niederschlagung der Bauernaufstände im 16. Jahrhundert seitdem kam alles aus dem Gleis und ist eigentlich problematisch und auch das meiste von Goethe findet keine Gnade vor seinen Augen die Ausnahme ist und bleibt vor allem in einigen wichtigen Aufsätzen über die Zäsur von 45 also vor allem auch späte Aussätze aus den 50er Jahren die Ausnahme bleibt Goethes Faust und einer der Gründe für die exzeptionelle Stellung die Lukacs diesem Werk zuwies ist das Rätsel der Gattungszugehörigkeit denn im Faust werden die für Lukacs streng ja ontologisch getrennten Formen des dramatischen und des epischen ineinander gebildet es ist ein Drama aber eines dessen episodische Struktur es dem Epos annähert Lukacs zufolge geht es im Faust nicht um Mischungen das machen nämlich alle anderen und das geht immer schief sondern um Vereinigung widerstrebender Formen zu einer eigenen Form Zitat Lukacs in der keines der beiden Prinzipien episch und dramatisch überwiegt und die gegenseitige dialektische Durchdringung beider eine einzigartige Einheit und dynamische Balance schafft Zitat Soweit Lukacs Goethe selbst hatte Faust ich zitiere eine inkommensurable Produktion bezeichnet und Likacs schreibt Inkommensurabilität ist aber für die Literaturgeschichte keine Bestimmung sondern ein Problem und da hat er Recht Ich will auf Lukacs Argumentation jetzt gar nicht weiter eingehen ich führe ihn eigentlich nur an weil auch dieser eminent kritische Autor an Faust letzten Endes nicht vorbeikam und mit der Gattungsfrage einen ganz interessanten und auf den ersten Blick ja erstmal abwegigen und irgendwie formellen Zugang fand Jetzt sollte ich zwar eigentlich noch hinzufügen dass vor allem Faust 2 das gehört immer dazu das modernste ist was wir von Goethe haben dass wir es da mit einer Vorwegnahme des unseres veluziferischen Zeitalters zu tun haben in dem wir uns noch befinden mit einer Vorwegnahme der Finanzkrise die wir gar nicht hatten einer Vorwegnahme der Umweltkrise die wir jetzt noch haben und vieles andere mehr und doch ist und bleibt das ganze erratisch erratisch exzeptionell inkommensurabel vielleicht gibt es zum Faust überhaupt nur den Zugang der Quereinsteige aber ich habe ihn bislang leider nicht gefunden und muss jetzt gleich schließen vielleicht weiß ich aber in einem Jahr etwas besser Bescheid und kann dann besser Auskunft geben denn für das Sommersemester habe ich gemeinsam mit einem ZFL Kollegen ein Faust Seminar angekündigt und der beste Einstieg quer oder frontal ist immer die Lehre und zwar nicht der Vortrag und auch nicht die Vorlesung sondern das Seminar und erlauben Sie mir an dieser Stelle abschließend der Stiftung Weimarer Klassik und der Universität in Jena dafür zu danken für die Gelegenheit zu danken die 20 jungen Kolleginnen und Kollegen und mir die Gelegenheit die sie diesen 20 Kolleginnen und mir gegeben haben uns dieses Phänomen des Seminars noch einmal vor Augen zu führen und uns zu vergegenwärtigen und zwar wörtlich nämlich in Präsenz und ohne Maske und an der Stelle möchte ich jetzt mich bei allen die das möglich gemacht haben bedanken vor allem aber auch und jetzt im Namen von uns 21 Gästen bei Herrn Heid und vor allem der unermüdlichen Luise Westphal die uns in diesen Tagen wirklich viel geholfen hat herzlichen Dank Applaus 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 Applaus